In der Schule oftmals nicht mitgeschrieben, aber ist auch klar, wenn dich die Lehrer nicht so lieben. Doch die Schule ist wichtig für dein späteres Leben und die Einsicht kam bei mir damals ziemlich spät. Nach dem Zivildienst bin ich in die erste Lehre und den Durchschnitt zu halten wurde immer schwerer. Und so langsam ging es dann bergab und plötzlich hing ich nur noch mit den Punks am Hanger ab. Stresslevel war einfach immer viel zu hoch, so dass ich auch schon bald von der Berufsschule flog. Und nun stand ich plötzlich da. Keine Lehre, keinen Job, keine Finanzen. Oha. Yeah. Denn es ist so, keiner kann dir sagen, wie das Leben funktioniert. Du fliegst immer wieder auf die Fresse, bis du's mal kapierst. Aber jeder Sturz im Leben ist wie eine Lehre. Steh auf, klopf den Staub ab, denn es macht dich härter. Oh. Yeah. Und die einzige Alternative war damals dann Hartz IV. Doch so sollte es nicht bleiben, in der Armut zu krepieren. Hab bei gefühlt 100 Branchen angefragt. Und nur eine Reinigungsfirma hatte mir dann zugesagt. Klar ist das jetzt nicht unbedingt der Traumberuf. Aber besser als zu Hause vegetieren ohne was zu tun. Hab die Ausbildung durchgezogen, abgeschlossen. Und dann ist das Glück dann noch zu mir gekommen. Zeitungsannonce. Azubis werden in unserer Firma gesucht. Und ich schickte der Akademie ganz flink eine Bewerbung zu. Hab ne zweite Chance bekommen und sie auch genutzt. Ab heute wird nie wieder auf den Knien für andere geputzt. Denn keiner kann mir sagen, wie das Leben funktioniert. Man fliegt so lang auf die Fresse, bis man es irgendwann kapiert. Aber jeder Sturz im Leben ist wie eine Lehre. Steh auf, klopf den Staub ab, denn es macht dich stärker. Aber gib mir ein Herz, wenn du das gut fandest. Und wenn dir der Beat gefallen hat, ich hab den Interpreten verlinkt.